Biofelder. Als Biofelder kann man Felder bezeichnen, die nach den Prinzipien des biologischen Landbaus bewertet werden. Biofelder kann man aber auch bezeichnen als Felder, die von besonderen Kräften angestrahlt werden. Man kann auch sagen, Biofelder sind auch bestimmte energetische Kraftfelder, die man spüren kann und die positiv wirken können auf Lebewesen. Man kann zum Beispiel bestimmte Kraftorte in der Natur erkennen und man kann sehen, dass an bestimmten Orten bestimmte Pflanzen in bestimmten Feldern wachsen. So kann man sagen, es gibt Biofelder an besonderen Orten und man kann die Biofelder auch beeinflussen durch Rituale, durch Gedankenenergie und auch durch Lichtvorstellungen.